Was wir an KuCoin gut finden ist, dass wie gesagt viele Coins man dort kriegt, die oftmals noch nicht mal bei Binance registriert sind. Darum wird euch das auch auf jeden Fall helfen, denn einige Coins, die wir auf jeden Fall kaufen wollen, die kriegt man kaum woanders. Kann ich nur empfehlen, geht drauf, registriert euch, hat glaube ich zwei Minuten bei mir gedauert, ging richtig schnell. SEPA-Überweisungen sind möglich, unter anderem mit mehreren anderen Zahlungsmöglichkeiten, können wir nur weiterempfehlen. Denn wir benutzen es, darum empfehlen wir es auch weiter. Ich meine, viele sagen dann immer, ach, der guckt nur auf die Vergangenheit und sagt dann, muss ja gar nicht passieren. 2013 ist es passiert, 2017 ist es passiert, 2022 sieht es sehr stark danach aus, dass es auch passieren wird, denn wir haben exakt die gleiche Breaking Structures. Und darum verstehe ich viele nicht, die dann sagen, ja, ist doch Quatsch. Okay, dann denke ich mir, okay, es ist deren Meinung, kann ich akzeptieren und respektieren, kein Problem, solange man es irgendwie begründen kann. Und wenn man dann einfach nur kommt und sagt, diesmal ist alles anders, weil Institutionelle, weil sonst was. Das war 2017 genau das Gleiche, genau exakt das Gleiche wurde gesagt. Und die Menschen, die vergessen einfach, warum die Kurse pumpen. Warum pumpen die Kurse? Nicht wegen Anwendungen, nicht weil viele Institutionelle drin sind, nein. Sie pumpen, weil Wale, die schon ganz früh in diesem Markt drin waren, jetzt immer noch da sind, ihre Coinanzahl enorm gesteigert haben. Am Anfang waren sie keine Wale, sie sind dann Wale geworden. Und aufgrund dessen, dass sie eine Riesenmenge dieser Coins besitzen und sie auch noch swappen, das heißt, ihre Gewinne aus den großen Bitcoin, den sie haben, in die Altcoins hineinpumpen und den gesamten Markt mit Bitcoin immer wieder mitziehen und immer wieder mitziehen, damit sie dort auch nochmal ihre 100x, ihre 150x, bei einigen Coins sogar, die sind bis zu 600.000% gestiegen. Und so erhöhen sie ihre Gewinne und was machen sie ganz am Ende? Kurz, wenn die Rotation kommt, pumpen sie alles zurück in Bitcoin. Bitcoin pumpt hoch, dann wird Schritt für Schritt mit den neuen Höhen, die man bei Bitcoin gebildet hat oder neuen Anstiegen, Schritt für Schritt in die Altcoins wieder runtergepumpt. Da ist der ganze Markt nach oben gebracht, Bitcoin-Dominanz fällt währenddessen, Altcoins gehen hoch und dann findet dort die Rotation statt und dann holen sie alles wieder raus, parken das, warten bis der Bitcoin-Kurs fällt, meistens beim 2013er und beim 2017er Bullrun, nach dem Hoch hat es ungefähr ein Jahr gedauert um den Dreh und wenn die Preise dann ganz weit im Keller sind, dann nehmen sie ihre Gelder, die sie sich beiseite gelegt haben, sei es in Stablecoins oder sei es in Fiat, ich vermute eher in Stablecoins, und pumpen Schritt für Schritt dem Volumen entsprechend, Schritt für Schritt immer wieder ein bisschen rein. Niemals viel mehr als das Volumen, damit die Preise nicht direkt exorbitant durch die Decke gehen. Darum fragen viele immer, warum sind die Bärenmärkte eigentlich so lang, Caro? Warum, warum, da stellen sich ja viele diese Frage. Oft bin ich auf diese Frage nicht eingegangen, weil das manchmal zu lange dauert, jetzt bin ich gerade voll im Flow, darum gehe ich darauf ein. Denn sie stecken ihr Geld dem Volumen entsprechend rein. Wenn die sehen, das Volumen ist klein, dann pumpen die nicht Unmengen vom Gelder rein. Die tun prozentual zum Volumen immer wieder ein kleines Stückchen rein, immer wieder ein kleines Stückchen rein, damit der Kurs nicht extrem durch die Decke geht. Und dann in Phasen wie diesen, jetzt schaut euch das mal an. Seht ihr das? Hier, wo wir die All-Time-Highs bilden. Wenn ich auf den Weekly-Chart gehe, ist es eindeutiger, das ist, wenn wir den Wochen-Chart angucken, ein Candlestick hier repräsentiert jetzt eine Woche und hier wird es eindeutiger. Je mehr wir in Richtung Boran gehen, desto höher wird das Volumen. Warum passiert das? Weil die Preise steigen, weil Wale sich jetzt entschlossen haben, nicht mehr diesen zermürbenden Phase hier durchzumachen. Seht ihr, wie das Volumen hier schön gleich bleibt in dieser Phase hier? Das kann man richtig schön erkennen, dass sie diese Strategien halt nutzen. Und viele sagen, auch technische Analysen sind Quatsch und bla, ist nicht Quatsch. Viele verstehen nur nicht, was hier abgeht. Seht ihr das, wie flach das hier ist mit dem Volumen? Und das machen sie bewusst. Das machen sie bewusst, damit sie ihre Bitcoins kaufen, aber dadurch keinen extremen Preisanstieg verursachen. So ist der Retail-Investor noch da und denkt sich, oh nee, die Preise steigen noch nicht, ist im Keller, Bitcoin geht auf Null. Während die Wale schön akkumulieren, im Verstecken, im Hintergrund. Schön pumpen sich das günstig immer wieder rein, immer wieder rein. Tag für Tag kaufen die schön nach. Im Verhältnis zum Volumen, damit das nicht hoch geht. Und dann, wenn sie sich mal entscheiden, hier einen starken Pump hinzulegen, damit sie das Ding dann wieder dampen lassen und den Retail-Investor in ihr Geld aus der Tasche ziehen, schaut euch an, was mit dem Volumen passiert. Jetzt geht Volumen hoch. Warum geht Volumen hoch? Weil sie jetzt größere Summen hineintun. Im Verhältnis zum kleinen Volumen, was wir hier hatten, haben sie angefangen, richtig Geld reinzupumpen. Was passiert? Retail-Investoren springen mit auf. Alle, die kleineren Wale, Delfine, hüpfen mit rein. Ja, 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 der Bora hat begonnen. Oh, und Pustekuchen. Peng. Die lassen das Ding wieder fallen wie eine heiße Kartoffel. Aber das Volumen bleibt noch gleich hoch, ungefähr. Also höher als in dieser Phase, weil man hier doch die Hoffnung nicht verloren hat. Da gehen nicht alle raus, weil wir haben hier schon Preise erreicht von 11.000. und waren hier beim Tiefpunkt bei 3.000. Hier ist die Hoffnung halt noch nicht verloren. Darum dampen sie den Markt noch nicht so stark runter. Gut, bei der Corona-Phase ist es schon ein bisschen stärker gedampft. Da haben wir Tiefpunkte bei 4.000 erreicht, aber nur mit dem Candlestick ganz kurzfristig runter. Wir waren aber bei der 5.000 im Bereich. Das heißt, immer noch höher als dieser Tiefpunkt. Von hier aus ging der Buran hoch. Was ist dann passiert? Schaut euch das an. Was ist dann passiert? Dann geht das Volumen extrem durch die Decke. Warum? Weil sie dann ihre Portemonnaies aufmachen und das Ding mal richtig stopfen. Was passiert dann? Jetzt schaut euch das an. Was haben wir jetzt? Wir haben eine kleine flache Phase. Wir haben eine kleine flache Phase. Sie reakkumulieren. Das Geld wird wieder Schritt für Schritt langsam, langsam reingesteckt. Sie akkumulieren langsam, langsam wieder die Tiefs hier nach. Und dann werden wir einen kleinen Anstieg sehen, wo die Rotation stattfinden wird, wo wir keinen neuen All-Time-High setzen werden, meines Erachtens nach. Und das Volumen wird dann hier wieder fallen. Und das wird sich dann auch in den Kursen widerspiegeln. Das ist das, was ich so sehe. Was ich denke, in welche Richtung es gehen wird. Das RSI verhält sich dementsprechend auch. Ihr seht immer wieder halt. Immer dem Volumen entsprechend. Darum ist das so eine Sache. Ich verstehe nicht, wieso die meisten Chartanalysten, ich meine, die sind ja bekannt. Die haben auf Twitter und was weiß ich, zig, hunderttausende von Followern. Aber niemand guckt sich das Volumen an. Und wir sprechen immer von Angebot und Nachfrage. Das Volumen repräsentiert die Nachfrage. Darum verstehe ich nicht, warum man das nicht als einen der wichtigsten Indikatoren eigentlich mit reinnimmt. Und darauf gehen wir auch in unserem Kurs ein, Leute. Und dann werden auch viele verstehen, die sagen, ach, Chartanalysen sind doch Quatsch. Und anhand von solchen Fakten kann man sehen, wo es ungefähr lang gehen wird. Man kann nicht hundertprozentig predikten. Muss man das aber? Muss man doch gar nicht. Wir müssen nicht genau sagen, ach, jetzt steigt der, morgen steigt der, übermorgen fällt der. Wir müssen eine grobe Richtung erkennen können. Und wenn wir das tun, reicht das schon bis hier hinaus. Denn wenn man erkennt, dass man hier unten irgendwo einkaufen kann und versteht, wie man psychisch darauf eingestellt sein muss, damit man permanent im Plus bleibt, sobald man eingekauft hat, und hier oben in den Bereichen, wenn man diese 50-prozentigen Korrekturen hat, immer noch dick im Plus ist, dann reagiert man nicht mehr so emotional, wie der Rest das tut. Weil man hier immer noch einfach dick im Plus ist. Man kann rational bleiben. Man kann strategisch bleiben, sich an seiner Ausgangsstrategie halten und Marktstrukturen erkennen. Man kann solche Dinge sich anschauen und erkennen und verstehen. So verläuft der Markt. Ich muss hier keine Panik kriegen. Das sind kontrollierte Bewegungen. Schlicht und ergreifend. Ganz einfach. Und das ist die Faszination der Chartanalysen, warum ich mich so stark angefangen habe, damit zu beschäftigen in den letzten vier Jahren. Und ich bin jetzt kein super Experte. Aber ich erkenne da schon Dinge. Und für mich ist das vollkommen ausreichend, um Millionär damit zu werden. Und weit weg sind wir, denke ich, nicht mehr davon. Ich meine, möglich wäre es noch in diesem Bullrun, dass wir Millionäre werden. Die Möglichkeit besteht, je nachdem, wie wir aussteigen, dass wir aber im nächsten Bullrun mehrfache Millionäre werden. Das ist für mich so klar wie Kloßbrühe und wieder so sicher wie das Amen in der Kirche. So Gott will natürlich. Man weiß nie, kann alles schief gehen. Alle bannen Krypto, alle verbieten Krypto. Also die Zentralbanken haben nur noch die Kontrolle und was weiß ich, Horror-Szenarien, die man sich vorstellen kann, was ich nicht für real halte. Ich denke, das sind wieder Angstzustände von vielen Retail-Investoren. Das gehört dazu. Das ist halt einfach fort, was die meisten dann verbreiten. Das wird komplett verboten. Bringt denen ja nicht viel. Warum sollten sie das komplett verbieten? Ich will gar nicht wissen, wie viele Steuereinnahmen sie generieren können, wenn sie es legalisieren und kontrollieren. Das ist doch alles, was die brauchen. Die wollen einfach nur Kontrolle darüber und die wollen Kohle kassieren. Und das können sie im Kryptobereich aber abermal. Darum diese Ein-Jahres-Frist und all sowas. Kann sein, dass wir dann nicht mehr so glücklich bald sind, dass es abgeschafft wird, aber kein Problem. Hey, solange wir von unseren Gewinnen etwas abgeben müssen, haben wir immer noch genug gewonnen. Da habe ich halt kein Problem mit. Aber dann ist es halt so. Mein Gott, ich weiß gar nicht, warum das so viele dann schlecht reden. Auswandern. Irgendwann ist es in den anderen Ländern auch so. Und dann will man sein Leben lang auswandern. Ich weiß es nicht. Aber okay, Leute. Ich wollte euch einmal kurz abholen und euch repräsentieren und darstellen, wieso ich eigentlich so handele und warum ich eigentlich so denke, wie ich es tue. Weil ich glaube, das war mal wieder nötig, dass man ein bisschen detaillierter auf diese Sache reingeht, weil viele, viele verstehen, glaube ich, gar nicht, wovon wir reden, wenn wir sagen, der Bullrun ist vorbei oder wir glauben, dass die Retracement kommt und warum das überhaupt ist, worauf wir das eigentlich stützen. Es sind viele, viele neue da und die verstehen einfach noch nicht, warum wir so denken, warum wir so handeln. Ich denke mal, das ist gut, dass ich euch mal einmal nochmal abhole, dass ihr versteht, warum wir so handeln, wie wir handeln. Denn mir ist das immer wichtig, dass man alles begründen kann, was man macht. Denn wenn ich mit jemandem auch argumentiere und wenn ich mir irgendwas angucke von irgendjemand anderem, ich schalte meistens schon beim zweiten oder dritten Video weg, wenn die anfangen, Sachen einfach zu behaupten. Ich denke mal, okay, gut, kann sein, dass er das nur jetzt gemacht hat. Dann schaue ich weiter. Zweites Video, drittes Video, viertes Video. Ich denke mal, hey, der haut einfach nur irgendwelche Aussagen raus. Das könnte letztendlich jeder machen, der keine Ahnung davon hat. Ich sage nicht, dass die Leute dann keine Ahnung haben, aber ist es denn so schwer, sich hier hinzusetzen, keine Ahnung davon zu haben, sich einen Artikel durchzulesen, wo sie über den Bitcoin-Kurs sprechen, den Artikel eins zu eins wiederzugeben und dann zu sagen, ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und keiner würde wirklich merken, ob der wirklich Ahnung davon hat oder nicht. Ja gut, die Leute, die die Ahnung davon haben, die merken das schnell, ob der da Schmur erzählt oder nicht. Aber, wenn man dann danach fragt, warum? Warum ist das so? Warum denkst du so? Mit welchen Fakten begründest du das denn? Ja, dann sieht es auf einmal wieder ganz anders aus. Ja, mein Bauchgefühl, sag mir, dein Bauchgefühl interessiert mich gerade nicht. Was, wenn dein Bauchgefühl morgen anders ist? Ja, und dann soll ich jetzt meine ganzen Ersparnisse nach meinem Bauchgefühl investieren? Ich meine, das ist doch keine Basis. Oder dann einfach zu behaupten, diesmal ist alles anders. Ist man sich wirklich 100% sicher, dass diesmal anders ist? Weil man versucht, in die Zukunft zu schauen. 2017 war es genauso. Da sind auch ganzen Institutionellen gekommen. Der Derivativmarkt ist durch die Decke gegangen. Alles ist anders. Wir haben ganz andere Summen, die gehandelt werden. Es wird genau das Gleiche gesagt, wie jetzt auch. Wir wissen doch erst, dass alles anders sein wird, wenn es dann soweit ist, wenn der Buran vorbei ist. Solche Dinge können wir doch nur rückwirkend verstehen. Aber wir können uns doch jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, diesmal wird alles anders. Weil Institutionelle, weil jeder hat seine eigene Begründe, warum alles anders wird. Wissen wir doch gar nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn es soweit ist. Und darauf will ich meine Ersparnisse und meine Investments nicht stützen. Ob, hätte, würde, was weiß ich. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut und anhand von mathematischen Berechnungen und mathematischer Basis, anhand von alten Kursverläufen, die sich immer wiederholen, warum tun sie das? Weil die gleiche Methodik immer und immer wieder genutzt wird, um Retail-Investoren zu bestimmten Kauf- oder Verkaufsereignisse zu führen. Und das ist das. Und darum macht es doch mehr Sinn, sich anzugucken, was ist in der Vergangenheit passiert? Wie hat sich das mathematisch verhalten? Machen wir ungefähr das Gleiche zu bestimmten Volumen, zu bestimmten Dominanzniveaus, zu bestimmten Verhältnissen zum Bitcoin, zum Altcoin-Markt? Und tatsächlich tun wir das. Tatsächlich tun wir das. Und die meisten ignorieren es. Warum tun sie das? Ich weiß es nicht. Ich würde mir das auch gerne schönreden und denken, ja, hey, diesmal ist alles anders. Wir schaffen die 100.000. Das habe ich 2017 gemacht, weil ich vielen, vielen großen YouTubern in den USA vertraut habe. Ich hatte keine Ahnung davon. Die haben das so hochgerät und die sind weg. Der Großteil von denen ist weg. Die gibt es nicht mehr. Weil die keinen Plan von der Welt hatten. Die hatten keinen Plan vom Kryptomarkt. Die sind da rein, haben einfach einen YouTube-Channel gestartet und haben einfach Moonboy-Schwaffel-Zeugs geredet. Und wenn man keine Ahnung hatte, wie ich damals, dann ist man darauf angesprungen. Ja, er hat recht. Das war nur eine Korrektur. Es geht weiter. Oh, immer weiter. Was? Wir sind von 20.000 auf 3.000 untergegangen? Wo ist er auf einmal? Ja, auf einmal hört man nichts mehr von dem. Weg sind sie. Und wer 2017 da war und hat jetzt die gleiche Zeit mitmacht, der hat verstanden, dass es das gleiche Gerede war. Eins zu eins. Darum muss ich so oft schmunzeln, wenn Leute das sagen. Diesmal ist doch alles anders. Das gleiche Gerede, andere Zeit nur. Aber exakt das gleiche Gerede. Wie sagen die Amis? Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen fluche. Same shit, different day. Dieser Spruch passt genau dazu. Same shit, different day. Okay, Leute. Okay, Leute.